Hallo und herzlich willkommen zu Vlog Nummer 2. Heute geht es Trails fahren und zwar in meinem absoluten Lieblings-Trailsport, dem Bikepark Cloud9. Da gibt es viele verschiedene Lines, große Sprünge, kleine Sprünge, Pump-Track, Trick-Sprung, alles was man braucht. Ja, aber davon gibt es gleich mehr. Moin! Servus! Servus! So, hier ist so eine Art Parkbereich, ist quasi aufgebaut wie ein kleiner Skatepark. Man kann die Linen in beide Richtungen fahren, geht halt quasi vom Roll-In da vorne über diese ja, wie soll ich das nennen, über die Spine. Hier über die Welle, da ist ein kleiner Step-Up, oben eine Spine und dann haben die hier einfach einen riesen Dirt-Bowl. Mega krank alles. Allein, checkt mal aus wie die schäpen. Das ist Wahnsinn. Ja, das sind die beiden großen Hips. Da vorne ist noch eine fette Quarter plus Anlauf für den Trick-Sprung, der ist hier. Ja, da ist noch so eine kleine Line für die Kids. Hier ist noch ein riesen Pump-Track, der sich halt da zwischen den ganzen Bäumen her schlängelt und so. Jo, richtig geiles Ding. Also wie gesagt, nicht nur Trails, es gibt auch einiges für Trickgeballer hier. Ja, der sieht witzig aus. Dann entsteht hier gerade noch eine Line, die ist aber noch im Bau. Ich weiß aber, dass die bis dahin schon gefahren sind. Die laufen jetzt gerade mal rückwärts ab. Ja, der geht halt hier über den kleinen Borna-Pushwelle und danach kommen vier Doubles. Sehr schön. Sehr schön, ist da. Ist da. Ich weiß nicht, ob ich das nicht verletzen kann. Kevin, wie schnell fährst du für den Drop? Ich fährst da rein, Drop. Dann droppst du da rein, als ob es eine Kurator ist und pusht die Bälle. Hard pushen? Ja. Ja. Nach dem Drop nichts mehr machen. Ne, einfach rollen. Du springst ja auf jeden Fall so ein bisschen nach vorne, oder? Ich? Mhm. Ja, du wirst schon dahin katapuliert, wo ich gerade erst einmal hinwende. Boah! Alter! Oh! Woah. Ja! Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Oh 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 Ja die probieren wir jetzt auch mal aus Die Hip hier Junge Junge Der Albatross Oh Junge Oh Junge Ha 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 Hast du Versicherungszettel und ich? Ha 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 Wooo Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Woah! Und Kevin, was sagst du so zur heutigen Session? Alter, ich bin so geschwitzt! Ich bin so geschwitzt! Jensinger, wie hat's dir gefallen? Guts hat's mir gefallen! Also Menes, kommt mal in die Wolke! Wolke 9! Lass mal ne Runde rateln! Besser als Wolke 7! Und ratel mal! Session ist over für heute! Wir gehen jetzt abonnieren! Ja genau! Und ja, war ein geiler Tag Marvin! Und schön den Like-Button drücken, wenn du noch weitere Videos sehen willst! Jungen, kommt in die Cloud! Da geht's Vollgas! Nachdem es nicht so serios rüberkam, lasst ein Like bei Marvin da! Bis... Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Vollgas! Ab in die Cloud! Ihr seid herzlich eingeladen auch mal hier in die Cloud 9 zu kommen! Hier hat man sehr viel Spaß mit ganz vielen verrückten Leuten!